Und da geht's knarenlos weiter mit Sebastian Meshploss Brawl rein in die Tür mit schwarzem Inhalt. Wir sehen, was da hinter ist. Glurak, yeah. Eigentlich ist es mein Lieblings-Pokémon. Da ich ja sowieso eine ziemliche Schwäche für die Feuer-Pokémon hab. Glurak ist ein Schwächling. Zumindest hier gerade, aber eigentlich ist er richtig, richtig episch. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Oh, okay. Ich verrecke gleich, weil ich scheiße baue. Boah, weg. Schluss mit dem Minsel-Attacken. Ich möchte irgendwo speichern können. Ist das möglich? Bitte. Jetzt bin ich hier. Okay. Boah. Essen. Was zu essen. Die kommen immer wieder. Das nervt ja wohl. Schuh, 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 schuh. Jetzt frisst das, Mann. Das bringt zwar nicht viel, aber... Okay, da oben war ich. Ähm, aber oben noch nicht da. Das war eine schwarze Tür, okay. Dann sagt mir das keiner. Nee, 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 nee. Nein. Fittsack. Nee, komm her. Ah, du Fing... Was lässt du schön liegen? Mann, ey. Der hat halt mal mit Meta Knight weggenommen, der blöde Wario. Ne? Das ist Musik von Double Dash. Oder Why You Can't We? Zumindest klingt's so. Ziemlich ähnlich. Okay, da geht ne Tür nach links und nach rechts. Jetzt geh ich erstmal, weil ich schon auf dem Pfad bin, nach links. Gott, weg hier! Die Viecher gehen! Okay. Pisst euch! Was willst du? Hau ab! Weg, weg, Link! Weil der Link jetzt wird zum Zorro, hat jetzt, by the way, schon zwei Schwerter. Ähm, aber ich seh hier irgendwie keinen Weg weiter. Nein! Das war die falsche. Scheiße. Ach, scheiße, Mann. Das hab ich mir selbst verbockt grad. Ich spring einfach. Na 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 na. Na 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 na. Da fällt mir ein, dass ich Luigi's Mansion unbedingt brauche. Ich will's auch unbedingt mal zocken, ey. Let's playen, also das muss unbedingt sein. Das steht auch auf meiner Liste, falls es ein paar von euch noch nicht gesehen haben. Wenn es jemand von euch hat und es loswerden will, sagt mir einfach Bescheid. Ich nehm's sehr gerne an, dass ich's dann für euch jetzt playen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der das Spiel freiwillig loswerden will. Es ist einfach zu cool. Okay, dann gehen wir jetzt nach links. In die Tür, wo Link vor den Minseln hingerannt ist. Waaay! Super Abkürzung. Auf jeden Fall cool. Ist auch noch eine Tür, die führt dann wahrscheinlich nach oben. Hoch da, mein Lieber. Knutschkugel! Flieg! Okay. Habe ich etwas, was ich gar nicht wollte eigentlich gekriegt? Hoch, mein Kleiner. Hoch, mein Kleiner. Das schaffst du schon. Auch wenn die Spasten hier keine Hobbys haben, offensichtlich. Ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Doch, ich komm hoch. Noch eine schwarze Tür, wen haben wir da? Ja. Ach du Scheiß, Reikwaser. Das ist eins der legendäre Pokémon, glaube ich, in Gold und Silber. Wenn ich mich nicht irre, was ich gelesen habe. Ich weiß es nicht, weil ich so ein Buhn bin bei Pokémon eigentlich. Gaby, Gaby, komm! Hast du es geschafft! Gaby, Gaby, komm! Hast du es geschafft! Alles, was ich bisher nicht gemacht habe. Offensichtlich. Shit! Würde ich mal behaupten. Gott, hab ich viel noch nicht gemacht. Ich muss zurück! Das sind so viele Sachen, die ich nicht gemacht habe. Damn! Ja, okay, ähm, hm. Ich schaue, wie ich das am besten angehe. Wenn ich hier hingehe, komme ich da wieder raus, dann müsste ich den ganzen Umweg machen. Was heißt Umweg? Ist das nicht wirklich? Müsst ihr eigentlich da wieder rauskommen, bevor ich bei Quasa rein bin? Genau. Verpisst euch, ich habe jetzt keine Zeit, um euch zu spielen. Schon gar nicht mit dem Großen. Oh, komm, sucht euch Hobbys, ey! Ja, mein Hobby! Kirby verbrügeln! Und ihn verfolgen. Seid ihr Stalker? Wir sind aber nicht bei Toon the Halfman hier. Was hier gestalkt werden darf, so. Scheiß nach unten. Woah, weg! Mein Bein kratzt und ich kann mich nicht jucken. Komm, ey, geh bloß weg! Oh, ihr auch! Ehrlich mal! Okay. Nee, falsch. Äh, da komme ich da hin, da brauche ich nicht hin. Lauf, Kirby, lauf! Okay, da muss ich auch rein. Da geht es nach oben! Da geht es nach oben! Da war ich vorher tatsächlich nicht. Tschüss! Boah! Boah! Ey, ja toll! Och nö, ich hasse das hier, ey! Jetzt geht er hoch! Oh, Kirby, du machst mir Sorgen. Okay. Da kommt gleich eine Tür. Müsste zumindest. Oh, geht weg! Oh, geht da rein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Gott, hier geht es ja los, ey! Die Eisklimers bestimmt! Das war klar! Geh da rein! Komm jetzt! Hm. Ah, wie kann das sein? Verpisst euch! Ganz ehrlich. Die können auch nicht für zweit bestehen. Wenn einer alleine kämpft, ist es schlecht. Okay, zurück. Schnapp sie dir alle! Oh. Hau ab, du Fischauge. Oh Mann, Alter, das Vieh nervt. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Jetzt geht er. Oh, der Nächste. Komm, da pisst dich, Junge. Jetzt kommen die auch noch. Wo kommen die denn schon wieder her? Dankeschön, ihr Scheiß. Oh Mann, Alter. Lasst mich in Ruhe. Ich habe Kirby hier auch so gar nicht gebraucht, ne, zum Fliegen. Nerv mich nicht, du Dreckswolke. Ich kriege hier gleich einen Anfall. Ich komme hier nicht hoch. Das ist ein Witz, oder? Geh kacken. Geh deine Oma nerven. Aber lass mich in Ruhe. Warum tue ich mir das hier an, ehrlich? Boah. Boah, Lucario. So. Hippikatus ist ja nicht so schwer. Dank dem Donnerblitz, oder was es ist? Donner, Donnerblitz, glaube ich. Oh, Hilfe. Dankeschön. 87, mein Geburtsjahr. Aber egal. So. Dann da runter, dann da rüber. Dann habe ich da noch einen. Gott, da rechts habe ich noch so viel nicht gemacht. Das dauerte ja noch ewig, bis ich hier durch bin. Gar nicht so einfach, das Projekt so schnell zu beenden. Mein Gott. Dauerte tatsächlich noch länger, als ich dachte. Wo kam ich hier? Hier? Yo. Lass dich fallen, Kirby. Äh, Kirby. Pikachu, ich fang dich auf. Nicht. Hehe. So. Das hat mich jetzt weit gebracht. Ich bin auch wüt. Wieso nehme ich nicht einfach die, äh, Aufkleber, die ich mittlerweile auch zuhauf haben müsste. Hier ist noch eine. Oh, halt. Oh, komm schon. Ich will sie schneller, wenn's geht. Was bringt mir das jetzt? Ah, so. So. Stopp. Das ist Ike. Aber bevor ich gegen den Kämpfen mache ich einen Cut. Bis zum nächsten Part von Super Smash Bros. Brawl. Bye, bye. 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 Bye.